fährt auch gerade einkommen da haben wir da noch zeit kurz hier drüber zu gucken anders gewesen ist hier oben? ne ich glaube ein stück weiter unten na guck mal gleich in ruhe stolper sprengung das hatten wir ja also wir haben ressourcenwandler beides hat mir bisher noch nicht genutzt also nicht davon zu ganz überzeugt war ressourcenwandler kann gut sein ja aber machen wir das ressourcenwandler ich zeig mir ja beginnt das überhaupt nicht Eisen zu Wasser Wasser zu Eisen kaufen? ne das ist aber so wie mache ich denn das? warte mal ich hab's ja eben klackt ja gar nicht ist so hinten hier hier haben wir es wir haben wir ihn das hier aber das hier ist hier Ich habe da eben irgendwas hier geöffnet. Keine Ahnung, jetzt geht es nicht mehr. Ich habe es kaputt gemacht. Gut, gehen wir mal hier hin. Wo war nochmal das gewesen? Da ist es doch. Hier, da sieht man es. Okay, es hat sich auch noch nicht weiterentwickelt. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Aber es sieht schon, es sieht halt anders aus. Schon mal ganz gut. Genau, das brauchen wir gerade. Ganz viel brauchen wir davon. Oh ja, das ist eine fette Mine. Äh, Quelle meine ich. Glauben wir. Ich würde ja gerne vielleicht das Wasser umwandeln und eisen. Aber wir brauchen das Wasser gerade nicht so extrem viel. Oder? Also es verteilt aber auch immer weniger Wasser, ne? Das muss ja also irgendwie bedeuten. Das muss irgendwie gebraucht werden gerade. Hatten wir hier nicht vorher mal mehr gehabt? Oh nein, das schaffen wir nicht mehr. Ein bisschen zurück. Ein bisschen zurück. Das schaffen wir nicht. Hier. Ah, wir haben Wasser. Genau hier. Umwandler. Oh, sie sind einmal draufgedrückt. Genau, deswegen. Hier, also eins zu drei. Fünf zu eins. Eins zu drei. Ah, okay. Zyklus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Wasser. Ja, da wird das nicht allesпов�. Ich werde das nicht. Ja, zwei, zwei. Ich werde das nicht so. Ja, ich werde das nicht so. Ich werde das nicht so weitergehen. 16 ich würde sagen von einmal reparieren den doppel laser wäre schon nicht schlecht das wäre glaube ich gar nicht so schlecht das hier auch nicht schlecht schrotflinte schrotflinte 2 ist schon auch sehr krass beschleunigung so bewegen muss nicht unbedingt sein das war das hier also das war mein umwandler kobold zu eisen 28 kobold haben wir schon eine menge so viel brauchen wir definitiv nicht werden letztes mal auch wo wir zuletzt finale hatten wir auch noch so viel an kobold gehabt kobold zu eisen mehr auch schon gut heißen verdoppelung heißen zu eisen auch nicht schlecht ich glaube schon dass das sich lohnt heißen zu wasser heißen zu hause sie ist aber nur 5 zu 2 5 zu 2 Kommen wir mal. Das ist auch nicht effektiv, hier zu arbeiten. Oh, hot off. Hier, gehen wir eins weiter, noch eins. Hier, da kannst du jetzt weiter arbeiten. Ne, das ist auch nicht effektiv. Wir müssen eins hier hin. Haben wir irgendwo noch was gehabt? Na, warte mal, natürlich. Wir haben doch hier hinten noch Eisen gehabt, ne? Ja. 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 Ja, okay. Ja. Nein. Ja. 12 zu 1 Nee, das wollen wir ja nicht so rum War so rum 1 zu 10 Dauert nur ein Zyklus 2, was heißt ein Zyklus Wie viele Was heißt das Zyklus Das eine braucht 0,45 Zyklus Das heißt, es waren 2 Kämpfe ungefähr gewesen Bis das fertig war Das heißt 2,8 Müssten ja eigentlich Ungefähr so Ich rechne jetzt mal Mit den Kämpfen Fast 3 mal Ungefähr Dauert das aber schon sehr lange Aber man bekommt 10 Das ist schon eine Menge Der wäre nur ein Zyklus Ah, das hier Ich muss sagen, der Umwand gleich gar nicht mal so schlecht Wir wollten mal Wegen der Pflanze gucken Wo ist die eigentlich hin Weil schon Ah, da ist sie Da ist sie Da ist jetzt Thomas Da ist sie Sieht schon sehr cool aus Weil hier zwei Zuteile hängen Hängen natürlich halt Auch zwei verschiedene Sachen Ja, dem was unter der Wurzel ist Tut er halt Da dran machen Das ist schon sehr sehr cool Dafür ist die Wurzel Dafür ist das Samen da Wusste ich vorher auch nicht Wenn ich das rausgefunden hätte Hätte das bestimmt noch eine Weile gedauert Aber ich musste mal nachschauen So, der Herbert könnte eigentlich hier unten Sonder Musste sogar eine Etage Sogar noch weiter von da Aber hier weitermachen Das wollte ich gar nicht Amt Sind das Verspinnen immer Hier da Das immer haben wollen Das Eisen So, haben wir noch Das andere Zeug So, gehen wir jetzt Zu Foto Vielleicht schafft man noch Ein bisschen mitzunehmen Noch genug Mal schauen Ja, können wir schaffen Vielleicht Das Jetpack Wollte ich auch nochmal verbessern In nächster Zeit Hau Oh, Shit Holy Shit 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 F sport Holy Shit Shit Ofisch 20, ne den Doppelhazer brauchen wir ja 24, noch 4 Stück, aber haben wir auch gleich. Wo ist der Herbert hin, der Herbert, und wo soll der Herbert? Für mich wäre es hier oben effektiver, wenn du hier Kramen tust. Herbert, oh ja, will ich mitnehmen. Da kannst du weitermachen. Haben wir irgendwo noch was vergessen? Ne, ne, ich glaube nicht. Ne, hier war alles leer. Ne, ne, okay. Ne, okay. Oh, Wahnsinn. Wir haben auf jeden Fall hier sehr oft dickes Gestein. Wahnsinn. Das dauert halt der Boschburg schneller. Komm, wir müssen hoch. Wir haben keine Zeit mehr. Boah, Alter. Sehr nice. Das hat sich ja doch richtig gelohnt, ey. Okay, das wäre also ein Zyklus. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Machen wir Doppelhazer? Ja, genau. Ja, komm. Los geht's. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Okay, das war sehr gut. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Vielen Dank.